Der Panzer kommt von der anderen Seite. Erstmal machen wir wie immer. Erstmal durchlaufen. Komm schon, die Ersten. Wollte ich ihn vollstrecken? Geht nicht. Kommt der, kommt der Maid, ey. Oh, die sind schon fast. Oh, die sind alle hier bei mir an der Tankstelle. Alle spawnen. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Auf dem Tanklaster liegt einer. Oben drauf. Okay. Hab ihn. Oh, von der Seite kommt natürlich einer. Ist bei uns auf der Seite. Links hinter der Mauer am Tanklaster. Tanklaster links außen. Tanklaster habe ich links außen. Ne, da kommt noch einer. Okay. Hab ich auch. Oh, Mann ey. im container im großen baum wo der panzer steht und auch ein sniper tom habe ich angehittet auch gehittet sniper tom die tankstelle snippert er nach oben da oben sitzen ja nicht gesehen okay oben offen sniper spot was das denn da kannst du doch gar nicht was siehst du doch manche leute können ist auch wieder da oder rechts außen dann sind habe ich sind schon wieder ganz hinten rechts außen ganz hinten rechts ja der liegt der liegt da immer noch ja jetzt ist er weg hier war nice der bitte her habe ich nicht mal gesehen durchgelaufen links durch kommt kommt durch ich seh keinen oh ja da da oder da wo die trocken und bei mir macht er keine chance aber ja klar sind die tankstelle rein ganz hinten rechts hin auf jeden fall weg oh 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 Bis zum nächsten Mal.